Also hier schreibt mir Conny, liebe Verona, du hast so tolles Haar. Stimmt, dank meiner Mamita. Naja, leider hab ich... Misch? Misch? Verstehe. Hier fertig, da trocken, aber da gibt's jetzt was. Das neue Schauma-Ansatz und Spitzen-Shampoo. Reinigt den Ansatz und pflegt die Spitzen. So wird auch Mischar. Schön wie Veronas Haar. Das neue Schauma-Ansatz und Spitzen pflegt und kräftigt. Bis in die Spitzen. Schwarzkopf. Professional Hacker for you.